Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen Wochenauftakt beim JFD-Devisenradar am 20. April. Und wir wollen uns heute gemäß der Headline dem Goldmarkt zuwenden, also speziell dem Goldpreis. Sie sehen hier kurz die Rainbow-Beschau des heutigen Tages, der Montag hier im M15-Intervall. Ich muss jetzt hier bei dem einen oder anderen Paar nochmal kurz die Umstellung vollziehen. Im M15-Intervall einige Chancen anhand des Rainbows, der Montag hier aber dennoch ja eher so ein Tag der gewissen Vorsicht. Aber da wir in der vergangenen Woche schon ein relativ starkes Momentum sahen, setzt sich dies hier direkt am Montag weiter fort. Die Aussichten sind hier eigentlich ganz gut. Wollen wir anfangen? Ich aktuell hier investiert im Euro gegenüber dem Australdollar aus dem M15 heraus. Können wir uns ganz kurz anschauen, dann gehen wir direkt zum Goldpreis. Warum hier der Einstieg? Wir sehen hier den Versuch, die Asia-Range nach unten aus oder aus aufzubrechen vielmehr, nach unten zu laufen. Das hat sich aber nicht verlassen. Rainbow hat hier am Freitag, Schrägstrich heute, einen negativen Spin vollzogen. Das deutet möglicherweise auf weitere Verluste hin. Doch das soll nicht der Schwerpunkt sein, denn wir hatten gesagt Gold. Interessant. Wir sehen hier auch den Rainbow anhand des M15-Intervalls hier im Flow. Und auch hier schön zu sehen, dass wir in der vergangenen Woche schon einen positiven Rainbow hatten im M15. Der ist dann aber gekippt, beziehungsweise es vollzog sich hier ein Spin. Das heißt hier vom 16. bis zum 17. zunächst uninteressant, dann jedoch im Laufe des 17.4. ging es dann hier weiter nach oben. Und dann wurde eben hier das Setup durchaus interessant. Jetzt schauen wir uns das nochmal an im konkreteren Screening. Und da sehen wir hier sehr schön, dass wir hier schon deutlich aus der Asia-Range raus sind. Wir hier auch das Freitagshoch aktuell attackieren. Range 6,34$ gelaufen. Im Schnitt sind wir so aktuell zwischen 9 und 13$ unterwegs, roundabout. Das heißt, hier dürfte durchaus noch ein bisschen was kommen. Mit dem H1 sieht jetzt ein bisschen verwirrend aus, deswegen machen wir das ein bisschen klarer, das Bild. Zeigt sich aber auch hier die Versuche, es zeigen sich die Versuche, der Ansatz, dass es hier zumindest zu einem positiven Rainbow-Flow kommt. Aber wenn Sie mich fragen, wenn ich mir den M1, dem H1-Film hier anschaue, dann ist das für mich absolut uninteressant. Derzeit der Goldpreis. Gold muss, und das kann durchaus passieren, deswegen nehmen wir das heute in die Beschau, eine solche Tendenz hier aufweisen. Also einen klar strukturierten Rainbow, sprich die Rainbow-Farben hier unten müssen deutlich zu sehen sein. Dann kann man hier durchaus auf Long-Engagement setzen. Hier wird den Versuch starten eben auf weiter anziehende Preise zu spekulieren. Aber immer H1, aus dem H1 heraus, aktuell für mich uninteressant. Das kann sich aber ändern, wenn wir hier die letzten Verlaufshochs rausnehmen. Also speziell hier über 1.200, 8.210 Dollar je uns rausziehen. Dann sieht das ganz interessant aus, muss ich sagen. Und dann muss man eben abwarten, was dann hier noch kommt vom Goldpreis. Und dazu wollen wir uns, unabhängig der aktuellen Rainbow-Beschau, die wir jetzt praktisch hiermit auch abschließen wollen, zum Tagesschartintervall. Und da sehen wir den Goldpreis mal hier in der klassischen Guidance-Form. Also jetzt mal fernab des Rainbows, kurzer Farbflash. Also jetzt vom Schwarz auf den weißen Hintergrund. Aber insofern macht man auch jeden Zuschauer wach, der noch etwas Morgenschlaf in den Augen hat. Insofern sehen wir, dass der Goldpreis hier den Aufwärtstrend gebrochen hat seit dem Impuls, seit dem starken Aufwärtsimpuls hier vom März. Die Fed lässt hier nach wie vor grüßen. Es gab, wie gesagt, den Versuch hier sich deutlich über 1.200 abzusetzen. Und das gelang nicht. Wir hatten die nächsten, letzten Tage hier mehr oder weniger einen oszillierenden Preisbereich zwischen rund 1.185 und rund 1.210. Und das ist jetzt eben der Knackpunkt, wenn sich der Goldpreis eben weiter erheben kann nach oben, dann wäre hier durchaus die Option denkbar, dass der Preis sich in Richtung 1.225 schiebt. Die schräge Trennlinie ist jetzt hier aktuell passé. Wenn es aber eben gelingt, dass der Goldpreis hier die 1.210 hält, über 1.225 rauszieht, dann kommt hier dieses damals aktivierte Szenario hier durchaus in Frage für weiter anziehende Notierung bis 1.242, gegebenenfalls 1.280. Das ist aber wie gesagt die absolut bullischste Annahme. Faktisch auch und das ist nicht passiert. Insofern ist eben auch hier der Bär jetzt aktuell nicht am Zug. Denn erst unterhalb von 1.178,45 wäre der Goldpreis auf Tagesbasis, Stundenbasis, eben auf den höheren Timeframes im Swing-Trader-Stil auf der Short-Seite zu empfehlen. Alles andere lässt sich hier, wenn wir hier zwischen 1.210 und 1.185 bleiben, erst mal als grobe Seitwärtsrange definieren. Erst wie gesagt ein Ausbruch über 1.210 könnte hier beflügeln bis 1.225 plus. Andererseits, wenn wir hier nach unten wieder abkippen, dann achten Sie mal darauf, was hier unterhalb von 1.185 passiert. Speziell unterhalb von 1.178,45 muss man theoretisch von weiteren Abgaben ausgehen, die dann eben hier auch die Märztiefs nochmal auf den Plan rufen könnten. Doch der Goldpreis aktuell mal gar nicht in so einem schlechten Umfeld. Und insofern muss man mal abwarten, was die nächste Zeit hier noch bringt. Wenn denn die Sonne auch hier den Goldpreis beflügeln könnte, dann wäre das sicherlich hier eine ganz nette Geschichte. Ansonsten jetzt im weiteren Tagesverlauf. Wir werden nachher hier noch den JFD Live Trading TV Impuls starten, den DAX uns da näher betrachten. Wird sicherlich auch spannend, was der DAX da heute noch zu vollziehen mag nach den starken Abgaben vom Freitag. Auch das hat man im JFD Live Trading relativ gut eingefangen. Wenn Sie mögen, schalten Sie nachher ein. Ansonsten gibt es morgen den nächsten JFD Devisenradar, dann sicherlich wieder mit dem FX per S. Denn der Goldpreis zeigt sich heute in einer außerordentlichen Spanne oder einem außerordentlichen Ausbruch. Das werden wir sehen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Auf bald. Beste Grüße. Ihr Christian Kemmer Beste Grüße. Beste Grüße. ệt